Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Chemie. Herzlich willkommen zu diesem Video auf dem ihr mich weiter begleitet auf meiner Reise durch das Periodensystem der Elemente. Wir befinden uns bereits in der dritten Hauptgruppe und werden uns heute mit dem chemischen Element Aluminium beschäftigen. Und die Frage heute wird sein, wie kann ich Aluminium herstellen ohne dabei die Schmelzfluss-Elektrolyse zu benutzen? Die erste Mitteilung über die Herstellung eines neuen chemischen Elementes mit dem Namen Aluminium rührt aus dem Jahre 1808 und stammt vom englischen Naturwissenschaftler Sir Humphrey Davy. Davy hatte etwa zur gleichen Zeit einige Metalle der ersten und zweiten Hauptgruppen durch Schmelzfluss-Elektrolyse hergestellt. Für mich persönlich ergibt sich nach der Recherche die Frage, was Davy damals eigentlich getan hatte. Zumindest gilt er nicht als der Entdecker des Aluminiums, obwohl er ihm seinen Namen gab. Was 17 Jahre später der dänische Chemiker Hans Christian Oerstedt im Laboratorium vollzog, ist heute wohl bekannt. Obwohl Oerstedt in einigen Werken der Fachliteratur als Entdecker des Aluminiums genannt wird, gibt es Zweifel daran, dass es ihm tatsächlich gelang, das reine Metall herzustellen. Welche chemische Reaktion fand im Jahre 1825 statt? Aluminiumchlorid wurde mit K... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.